Hallöchen liebe Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. In der letzten Folge haben wir Missionen gemacht, gemeinsam mit Galien und Birna. In der heutigen Folge wollen wir mit Leaf eine Mission machen und danach werden wir wahrscheinlich mit Zuma wieder sprechen. Wir wollen herausfinden, wer denn hier der Spitzel ist in dem dänischen Heer, mit dem wir uns verbünden wollen. Und ja, wir reisen direkt mal zurück zu Leaf. Hier vorne ist das. Ähm, ja mal gucken. Wir hatten, ja genau, hier war die Mission mit Birna. Wir hatten bisher jetzt keinen Indiz, irgendwie wer jetzt der Verräter sein könnte. Deswegen, schauen wir mal, wer es denn am Ende ist. Wenn es überhaupt jemand von dem einen ist. Es kann ja auch sein, dass es jemand anders ist. Man weiß es nicht. Aber gut, wir liegen los. Sollen wir diese Festung reinnehmen, diese Kirche? Mit Befestigung. Da vorne sind schon die Leute von Leaf. Könnte ein bisschen anspruchsvoller werden, glaube ich. Das Huhn macht auch mit. Oh ja, ne, es verschwindet lieber. Okay. Gut, Leaf. Moin. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerherr. Als Gudrum nach Westsechser aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Granterbrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Garlin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Garlin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zum Stadthalter von Granterbrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich hab ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann, das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Eine gute Unterhaltung, Lief. Kümmern wir uns jetzt um Wigmunds Mann. Richtig, richtig. Wigmunds Borsche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Okay. Klingt jetzt nicht so, als würde Lief die Soma irgendwie verraten. Wo kommst du denn eigentlich her, mein Freund? Hä? Was wollt ihr denn, hä? Was wollt ihr denn, ihr kleinen Schweinchen? Ey, du... Du weißt ja aus. So aber nicht, hä? So. Komm schon. Ja. Und? Von allen Seiten. Der arme Kerl. Der dritte hier im Bund, der kommt auch noch. Na komm, mein Freund. So, ich gebe ihn auch noch down und dann gehen wir zum Priester. So. Ja, sehe ich gerade. Mal schauen, wie wir da reinkommen. Da vorne ist ein Bogenschütze, wenn ich das... Kann ich den One-Hitten? Warte mal, Leute. Kann ich. Was war denn das jetzt mit der Kamera? Hä? Da muss die Kamera so nach rechts geschwenkt. Ich habe nichts gedrückt. Das sah merkwürdig aus. Okay, wo ist denn der Priester? Wahrscheinlich da hinten, ne? Ja. Okay, dann gehen wir mal nach da hinten. Lief, komm mit. Wie denn für mich? Also, ich würde ja auch gerne einfach reinrennen. Das ist mir doch wurscht. Warte mal, da ist noch ein Bogenschütze. Nein. Scheiße. Okay, das ging noch. Zum Glück. Ja, das war close. Die Leute sind auch alle hier in Aufruhr. Das nervt ein bisschen. Das ist der... Ist das da vorne der Priester? Der ist nur ein normaler Soldat. Okay. Der Priester ist wahrscheinlich im Gebäude, ne? Ich gehe mal hier rüber. Komme ich hier rüber? Ich komme nicht da rüber. Nein, schade. Aber hier komme ich durch. Schön. Habe ich mir schon fast gedacht, ja. Warte mal, der ist da. Ich kümmere gerade mal den hier vorne. Ich hoffe, der dreht sich nicht um. Nein. Oh, der fuck. Der hinten ist einer. Nichts sehen lassen, Leute. Hat mich schon gesehen, oder? Ja. Scheiße, Freunde. Schön leise ins Gesicht. Und jetzt schön schnell in Deckung. Die anderen sind jetzt alle getriggert auf mich. Sieht so aus, ne? Ach, verdammt. Na toll. Dann komm mal mit. Auah. Komm mit. Komm hier lang. Wo ist denn Leaf eigentlich? Was machst du denn für ein Gerenne? Mein Freund. Was ist los? Gut. Ich gehe in den Nahkampf. Auatsch. Das hat weh getan. Alter Schwede. Komm schon, mein Freund. Aua. Okay, hier können wir blocken. Jo. Und tschüss. Okay. Lass dir das mal durch den Bauch gehen. Das ist ein Bauchgefühl, würde ich sagen. Ist das Leaf hier? Ja. Ne. Normaler Krieger. Warte, ich helfe dir, Kollege. So. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch alle fertig machen. Nice. Das Blocken gefällt mir. Damit können wir dir dann immer... Nee, ich gucke jetzt mal drinnen beim Priester. Jemand zu Hause? Kumpel. Wo bist du denn? Ich nehme gerade mal alles mit, was hier so geht. Ach, da bist du. Hä? Glückwunsch. Was für ein Keck. Tschüss, mein Freund. Boah. Das sah ja krass aus. Dann kommen wir aus Waladin. Bevor ich das tue, will ich nochmal kurz hier ein paar Briefe lesen. Brief von Wiegmund. Und hier haben wir ein Buch des Wissens. Das ist cool. Brandpulverfalle. Das gucken wir uns doch direkt mal an. Sehr nice. Wir haben ja in der letzten Folge das hier bekommen. Und jetzt haben wir das hier. Brandpulverfalle. Binde einen Beutel mit einem fürchtigen Pulver in deinem Pfeil. Ah ja, cool. Krass. Okay, gönne ich mir. Hübsch. Mal schauen, was wir noch so finden. In der Zukunft. Aber fürs Erste schon mal nicht schlecht. So, wir sind noch irgendwas zum Mitnehmen. Können wir vielleicht auch oben in den Kirchturm? I don't know. Aber ich glaube fast nicht. Sieht nicht so aus jedenfalls. Hier ist noch ein Corp. Mit einem Silber. Entschuldigung. Ähm. Das war's schon. Da vorne ist noch ein Schatz irgendwo. Nö. Nö, mach ich nicht. Tschüss. Wer will noch was von mir? Du. In Poppes rein. Das tut weh. Ah, da ist noch jemand. Mein Freund, was ist los? Dein Schild ist recht down. Und Stampfie. Stampfartagel, die gefällt mir sehr. So, mein Freund. Was willst du? Da hinten ist er. Die schnapp ich mir. Nein, daneben. Okay, wo es lief? Naja. Ist jetzt auch egal. Äh. Aber wo es lief, Leute? Ich dachte, der wäre bei mir, wenn wir hier reingehen. Hier sind noch ein paar Pfeilchen. So. Dann kommen wir aus Waladine. Ja, das machen wir gleich. Keinen Stress. Oh, ihr brennt alles. Alter Schwede. Der hat hier einen Schatz für mich. Oh, doch. Aua, das hat wehgetan, mein Freund. Oh, lief es. Ist das lief? Warte mal. Hast du dir wehgetan? Warte mal. Lieber wiederbeleben. Komm, schau mal, mein Freund. Und was ist es? Hier ist der Jeoman. Das war's, mein Jeoman. Tschüssi. Und da gibt's einen Stampfi. Boah. So, was hat der denn für mich gehabt hier? Reichtum erworben. Und was ist es? Ein Kohlepachen. Ah ja. Der hat gerade die Glocke geläutet. Du Schweinehund. Mach's gut. Upsi. So, wir könnten jetzt eventuell noch die Häuser hier durchsuchen. Hey, Kumpel. Ich trinke mal. Nein, 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 nein. Ich glaube, jetzt werde ich wieder benebelt, weil das so ein Alkoholkram ist, oder? Keine Ahnung. Ähm. Ich bin gerade am Plündern von deinem Ort und er will mit mir trinken. Okay. Guten Tag. Das ist eine Truhe. Vielen Dank. 100 Vorräte. Cool. Können wir denn mit unserem Raben... Was ist da das? Ein Schlüssel. Kann ich hier noch irgendwas ausmachen? Ich will nur noch mal kurz gucken, was das auf sich hat mit dem komischen Schlüssel, was da angezeigt wird auf der Karte. Die ganzen Bogenschützen da, die nerven mich noch ein bisschen, aber das soll mich jetzt nicht weiter aufhalten. Das ist ein kurzer Sprung in den Laubhaufen und dann gucken wir mal, was war jetzt hier. Es wurde irgendwo hier angezeigt. Ähm. Irgendwo hier, ja, aber was kann ich hier machen? Können wir hier vielleicht noch einen Untergrund, oder was sollte das bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Spiel. Hilf mir bitte. Ah ja, hier, das hier, du hast... Kirchentürschlüssel, ja. Ja, wow. Da ist Leaf, kommst du auf einmal her, Leaf, und wer hat mich da jetzt gesehen? Hä? Ach, da ist noch einer. Da oben auf dem Turm ist auch noch einer, ah ja. Okay, das war's. So Leaf, wir können, glaube ich, jetzt... Wir machen uns mal hier ab. Wann schon viel zu lange hier. Wo rennt er hin, Leute? Wo rennt er hin? Hier war ich doch schon eben rausgegangen aus dem Ort. Warum rennt er jetzt wieder hierher? Och, Mann, Leute. Leaf, bleib stehen. Leaf, wo willst du hin? Ich will da mit... Hallo. Alter, du Nervensäge. Okay. Wir haben jetzt mit allen die Missionen gemacht. Mit Leaf. Zuvor mit Burner und Garlin. Doch wer ist der... Wer ist der... Verräter? Leaf wird's auf jeden Fall nicht sein. Das würde ich jetzt mal ausschließen. Oder er spielt ein Spielchen und ist am Ende... Doch, der Verräter. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall reisen wir erstmal zu Granterbrück zurück. Kann ich hier irgendwo eine Schnellreise machen? Hallo. Okay, Leute. Ich bin zu dem... Aussichtspunkt gereist, der vor Granterbrück war. Und hier ist noch ein bisschen Eisen. Das hatte ich übersehen damals, glaube ich. Nehmen wir uns da natürlich gerne mit. Können wir mal gebrauchen. Und dann reden wir mal mit Soma, denke ich. Oder? Hier ist noch mehr Eisen. Cool. Können wir nicht mehr. Wir sind beim Langhaus angekommen. Da vorne ist Soma. Und da glaube ich die anderen, ne? Was ist hier los? Was ist hier los? Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Gottlose Heiden. Granterbrück liegt im Land von Lord Wiegmund von Waladene. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Er weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel! Nein! Er ist auf der Insel Ege. All der Mann Wiegmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Hm. Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Besseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle! Möge Gott euren Seel... Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Christen verfluchen nicht. Wiegmund ist auf der Insel Eelge. Ich erstatte Soma-Bericht. Okay, das macht Gardin irgendwie ein bisschen verdächtig. Weil er vielleicht Angst hatte, dass er was ausplaudert, was ihn belasten würde. Ähm... Ja. Ist auf jeden Fall verdächtig. Verdächtiger als alle anderen. Sprich mit Soma. Die ist ja im Langenhaus. Das... Mach mir direkt auch mal. Sorry. Hallöchen! Ich rede mal mit... Darf ich mit dir reden? Bitte. Eivor, was hatte Wiegmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wiegmund hält sich im Kloster auf der Insel Eelge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen? Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Garlens Langschiff wurde am Tag des Überfalls eilig mit gelber Farbe angemalt. Warum sollte er sein Langschiff anders kennzeichnen als alle anderen? Garlin sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja. Die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Garlin nimmt seine Vision wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Garlin misst ihnen hohe Bedeutung bei. Leif wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden. Und jetzt an deiner Stelle. Leif genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen. Und das weiß er auch. Leif missbilligt die Art, wie du Granterbrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf. Zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leif sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Skier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Also bisher glaube ich eher, dass es Garlin ist, aber ich möchte jetzt noch kein Urteil fällen, weil wir noch nicht genug Hinweise haben. Deswegen lieber erst mal Ball flach halten, noch mal ein bisschen umhören. Wir haben ja noch nicht so viel mit anderen Leuten gesprochen. Ich könnte aber mit dem gerade sprechen oder nicht? Hä? Wir haben doch gerade so ein Zeichen drüber. Merkwürdig. Okay, Suche in Kanderbrück nach Hinweisen. Suche im Sumpfgebiet nach Hinweisen. Okay. Das machen wir noch, Leute. Achso, das ist nochmal Birna. Na, du siehst nicht aus wie der Sonnenschein, den ich kenne. Bedrückt dich etwas? Es gibt ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Was geschah in der Nacht des Überfalls? Alles war friedlich. Eine schöne Nacht. Mit Nebel und allem. Plötzlich kamen die Sachsen von überall. Und Soma brüllte wie ein riesiger Bär. Als sie zum Rückzug rief, liefen wir zu den Langschiffen, um uns im Sumpf neu zu sammeln. Es war ein Hinterhalt. Nicht mehr und nicht weniger. Es muss schmerzen, jemandem zu dienen, den du so sehr liebst und der dich nicht zurückliebt. An manchen Tagen tut es sehr weh. Dann muss ich mit der Hand auf mein Herz drücken, damit es mir nicht die Brust zerreißt. Du warst Schmugglerin. Manche sagen, du seist nicht vertrauenswürdig. Und Wasser ist nass. Große Überraschung. Ich erkenne Gelegenheiten und nutze sie. Bislang kam das Soma zugute. Sie weiß, wer ich bin und was ich war. Und sie vertraut mir. Wer könnte besser zwischen einem Witz und der Wahrheit unterscheiden? Jemand aus der Stadt hat die Sachsen durch den Langhaustunnel geführt. Wo warst du, als der Kampf losging? Ich war mit meinen Kriegern im Langhaus trinken. Als die Sachsen kamen, kämpfte ich. Ich hätte niemandem den Tunnel zeigen können. Ich war die ganze Zeit unter Leuten. Ich bin nicht edelmütig. Ehre ist nur ein Wort für mich. Aber zum ersten Mal frage ich mich, was die bessere Entscheidung wäre. An deinem Ellbogen bleiben und lächeln mit einem Dorn in meiner Brust? Oder von dir vorzugehen und mit diesem Stachel aus dem Fleisch ziehen? Äh, und mir diesen Stachel aus dem Fleisch ziehen? Ich werde bleiben, aber nur so lange, wie du mich brauchst. Okay, klingt jetzt nicht so, als würde sie... Oder als wäre sie das gewesen. Ja. Ich kann aber immer noch mit ihr reden. Okay, nichts mehr zu sagen. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Das ist Burner. Na komm, ich will da rüber los. Hä? Du wirst ja wohl da rüber springen können, Kollege. Alter. So, Burner haben wir jetzt nochmal gesprochen. Hier vorne ist Leaf. Eiv. Eivor, du siehst aus, als fehlte dir der Wind in den Segeln. Was ist los? Ich hab mich gefragt. Vor dem Überfall wurde deine gelbe Farbe gestohlen. Ja, und gelbe Farbe ist schwer anzurühren oder zu beschaffen. Ich war außer mir wegen des Diebstahls. Du sagtest, du könntest Somas Befehle oft nicht nachvollziehen. Das stimmt. Dennoch befolge ich sie. Das ist meine Pflicht meinem Clan und meiner Jarlskona gegenüber. Die Ehre eines Mannes beruht auf seinen Taten, nicht seinen Gedanken. Wie fühltest du dich, als Gudrum Soma und nicht dich zum Stadthalter von Granterbrück ernannte? Wenn Ehrbarkeit einfach wäre, gäbe es keine schlechten Menschen. Ja, diesen Posten hätte ich auch gewollt. Aber ich bin vor allem ein Ehrenmann. Was denkst du, hat sich in der Nacht des Überfalls abgespielt? Ich hab in der Schiffswerkstatt gearbeitet. Plötzlich brach mitten in der Stadt ein Feuer aus. Und Soma befall den Rückzug. Jemand muss doch den Sachsen vom Tunnel unter Granterbrück erzählt haben, Leaf. Vergiss es. Leaf, irgendjemand hat den Sachsen den Langhaustunnel gezeigt. Wo warst du, als der Überfall begann? Und was hast du gemacht? Als es losging, war ich in meiner Werkstatt und dekorierte ein Segel für unsere Verbündeten in Grimsby. Ohne meine gelbe Farbe. Und als Soma den Rückzug befahl, wurde bereits mitten in der Stadt gekämpft. Ich war nicht mal in der Nähe des Tunnels. Ganz und gar nicht. Und ich denke mal da hinten ist irgendwo ein Garlin, der sich eben bei dem Kollegen schon ein bisschen verdächtig gemacht hat. Wir schauen mal bei ihm vorbei. Mal schauen, was er so sagt, wenn wir ihn damit konfrontieren. Was ist, wenn ich hier mit den Leuten spreche? Ist vor dem Überfall auf Granterbrück irgendetwas Eigenartiges geschehen? Ich sah, wie zwei Sachsen an der Stadt vorbeiritten, während ich Wache schob. Einer in Richtung Kloster in Meldeburne, der andere zum Lager in Utbetsch. Ich hielt sie verboten. Ich hab mir nichts dabei gedacht, weil sie nicht zu uns wollten. Okay, danke für die Info. Dann hören wir uns mal kurz bei den Menschen um. Nee. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Okay, das ist also die vom Stall hier. Sorry. Ich wollte nicht deine Zeit verschwenden. So, der Kollege hat jetzt uns noch was gesagt. Wir müssen doch bestimmt noch irgendwo was finden hier an Leuten, die uns was sagen möchten. Vielleicht die hier vorne. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Wieso soll die das denn machen alleine? Hier ist noch einer zum Sprechen. Oder eine Frau. Eine ältere Dame. Hallo. Ich würde gerne mit dir reden. Du da. Hast du vor dem Überfall etwas Eigenartiges in der Umgebung von Granterbrück gesehen? Nein. Ich war im Langhaus und trank die ganze Nacht mit Birna und ihren Männern. Die kann echt was vertragen. Okay, es gibt also bisher Zeugen für Birnas und Leaves Alibi. Okay, es wird von Gespräch zu Gespräch geht es weiter Richtung Garlin. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas seltsames aufgefallen? Hm. Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden. Am Flussufer. Wo genau war das? Nordöstlich von hier am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Okay, ich glaube das war das. Das ist unsere verlossene Bootsrampe. Ich glaube da waren wir schon Leute, ne? Das eine Schiff, was gelb angemalt war. Das eventuell Leaf gehören könnte. Mit der Farbe, die gestohlen worden ist. Ich würde halt jetzt mal zu Leaf gehen. Äh, zu Garlin. Entschuldigung. Hallöchen. Was machst du denn da? Eivor, welche Überraschung? Ich frage mich. Die Vision, die du von dir und Soma hattest, wie deutest du sie? Eine bohrende Frage. Ich glaube, dass Soma mich zu etwas Großem führen wird. Wie schwer es auch sein mag, dass sie mit meinem Schicksal verbunden ist. Warum warst du dem Tod nahe, als Soma dich fand? Ich verließ meinen Clan wegen der Vision. Sonst weiß ich nicht viel. Die heiligen Pflanzen hatten meine Erinnerung vernebelt. Aber mich dürstete nach mehr. Vielleicht verstehst du es nicht. Aber Soma schon. Sie weiß, dass die Götter einen Plan für mich haben, der jedes Wagnis rechtfertigt. Warum war dein Langschiff gelb angemalt? War es gelb? Ich erinnere mich gar nicht. Frag lieber Lief, unseren Schiffsmeister. Hast du etwas Verdächtiges bemerkt, als der Überfall begann? Ja. Eine Welle von Sachsen, die wie von Geisterhand im Herzen von Granterbrück erschien. Verdächtig wie ein Aal mit Flügeln. Ich habe ununterbrochen gekämpft, von einer Nacht bis zur nächsten. Das Ende hast du selbst gesehen. Fast hätten mich die Wölfe erwischt. Ich versuche herauszufinden, wer Soma an die Sachsen verraten hat. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wünschte, ich könnte helfen. In der Nacht des Überfalls war ich an der Küste, in Gedanken versunken. Ich war allein in jener Nacht. Und bis die Sachsen kamen, ist mir nichts aufgefallen. Ich hoffe, das genügt dir. Okay, er war also alleine. Keiner hat ihn gesehen. Und er war an der Küste. Dort, wo das andere Schiff lag. Ich weiß jetzt nicht genau. Haben wir noch irgendwo hier Anzeichen, wo wir suchen könnten? Im Sumpfgebiet? Ich weiß es nicht. Kann ich hier mit... Zeig mir, was vor uns liegt. Ja, kann ich hier mit dem Rab noch irgendwas erkennen? Wo ich suchen könnte? Ähm, ich probiere es jetzt einfach mal, ihn zu beschuldigen. Weil ich glaube schon, dass er es ist. Da hinten war noch gerade ein Brief. Den will ich mir noch durchlesen, bevor wir ihn beschuldigen. Deutung von Garlins Vision. Eine sich selbst verzehrende Schlange auf ihrem Schild. Löwe auf seinem Banner. Der Berg? Es können sich nicht zwei auf seiner Spitze halten. Einer muss fallen. Einsammeln. Was haben wir hier? Einsammeln. Ein Opal. Okay, ich konnte ihn jetzt leider nicht nochmal verdächtigen. Oder eben sagen, dass ich ihn verdächtige. Ähm. Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Was soll ich noch machen? Gibt es vielleicht noch hier eine Person, die ich fragen könnte? Die noch was gesehen hat, eventuell. Ich will mal ganz kurz gucken im Norden, ob wir da noch irgendwas finden. An Hinweisen. Ich will jetzt lieber nochmal auf Nummer sicher gehen und dann nochmal gucken. Mal schauen, Leute. Oh, hier ist gelbe Farbe, Leute. Hier ist gelbe Farbe. Das ist auf jeden Fall verdächtig. Und die gelbe Farbe führt hier entlang. Und da hinten ist doch, glaube ich, das Schiff, was wir damals gesehen haben, oder? Oh, oh, mein Pferd. Entschuldigung. So, hier sind wir. Aber das ist es nicht. Wo waren das nochmal, Leute? Aber die gelbe Farbe war doch da. Die war hier. Und, äh. Der Mann hat ja gesagt, dass hier ein Schiff angelegt hatte. Ne, Freunde? Aber wo war sein gelbes Schiff nochmal? Ach, ja, Leute. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Warte, hier vorne ist noch. Hier vorne ist noch ein Stück Boot, aber es ist nicht das gelbe. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir das gefunden haben. Scheiße, Mann. Aber gut. Ich gehe jetzt einfach mal zu Soma und sage, dass das Garlin ist. Mal gucken, was bei rauskommt. Okay, Freunde, wir probieren es. Wir probieren es. Jetzt kann ich ja mit dem nochmal sprechen. Wir probieren es jetzt nochmal. Wenn ich näher komme, kann ich mit ihm nicht sprechen. Was ist denn das? Ach, komm schon. Aber wie gesagt. Ähm, Burner und Liefer, Balibis, die andere nicht. Somas Tagebuch. Das haben wir schon durchgelesen gehabt. Der eine steht auf dem Tisch. Schön. So, Soma. Hast du in Granthabrück schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Ich glaube, wir haben genügend Beweise. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Garlin hat dich verraten. Bist du dir sicher? Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Ich würde selbst tun. Ich hoffe, das stimmt, Leute. Ich hoffe, das stimmt. Wie gedenkst du damit umzugehen? Wie es eine Jalskona muss. Meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wigmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer. Garlin, du hast mich verraten, Garlin. Das habe ich nicht. Du bist der Grund, warum ich atme. Du musst mich zu meinem Schicksal führen. Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen. Verwische nicht die Wirklichkeit mit den Geschichten, die du dir einredest. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Doch ich sah, wie meine Leute abgeschlachtet wurden, die Stadt verwüstet wurde und deine Besessenheit uns Zerstörung brachte. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben wichtiger nehmen als uns alle? Er glaubte zu sehr ans Schicksal und zu wenig an uns. Bringt ihn fort. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wigmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht. Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Okay, Quest abgeschlossen. Eine Insel der Aale. Was müssen wir machen? Sammel dich mit Somas Clan. Okay. Gut, Freunde. Wir haben es also hinter uns gebracht. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Aber den Hinweisen zufolge müsste es eigentlich so gewesen sein. Die Farbe hat ihn belastet. Die Alibis der anderen beiden haben ihn belastet. Dieses Ding des Schicksals und hat ihn irgendwie belastet. Ich hoffe, das stimmte so. Aber gut, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.